Eishockey ins Golfmanagement übersiedeln, da ist er jetzt an der Scheibe, Single Handicapper, im Golf natürlich, im Eishockey hat er nicht viele Handicaps. So, Cian, 1 gegen 1, schön gemacht von Cian, Tor, ein super Tor des KC Kapitäns. Wieder in einer Phase 3 gegen 3, ein KC Tor. Und Tommy Cian erzielt es zum 6 zu 2, nach 5 Minuten und 2 Sekunden. Schauen wir es uns noch einmal an, dass wir es sehen werden. Der Zweikampf mit Linder schön ist Leere fahren lassen und dann noch die lange Ecke geschossen, auch noch die KC, und die beiden Krachen dann noch zusammen, sogar ist ja ein Spiegelbild.